Es ist Zahnendag heute und wieder eine Tore Joffi unserer Freunde. Und in der Kurve ein herzliches Dankeschön an unsere Fans, die sich immer wieder etwas einfallen lassen. Viel massen, viel machen und dafür Freunde, auch in Sitzplätze nochmal ein herzliches Dankeschön und ein Applaus an unsere Freunde im Stehfluss. Und wieder Jungs in der SRP Arena.